Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Pelle 120479 Zockt Wenn du dabei bist, wir sind im Metal LS19 hier auf der Ebelsbachen Map Ja, wie ihr letztes Mal gesehen habt, hier das Monster Ja, rand fahren da müssen wir mal daran denken was wir jetzt quasi ab machen coole sah und dann leuchtet man aus mal kurz mal für eine pause hier rein weiß ich um auswerfen muss aber gleich auftanken und den können wir mal sauber machen so der wurde sehr sehr schmutzig den greifen super toll und dann noch mal so eine güllezubringer holen gar nicht kommen hier unten in die halle rein mal austesten ja das passt ja das passt was na 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 Das ist gut. ja wie sieht es hier aus eine halbe bahn könnte da hinkriegen haben die natürlich keinen frontlader für uns da oder mich um schnell mal holen ja 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 den haben wir die ganze zeit hier stehen dann tun wir hier einmal damit ich war mir rein dann fahren wir hier runter und wir werden dann gute anmischen ich weiß gar nicht mehr wie die Mischbehältnisse ich glaube zwei von denen hier noch was ist nur einer ich glaube zwei ich glaube das war schon wieder zu viel mit dem hier sollten wir jetzt die silagebeine rein gucken fast ne dann haben wir wieder eins zu viel drin die Wiese fahren und müssen hier mal ein bisschen also ein stroh muss rein nicht zwei dann müssen wir jetzt nochmal versuchen ein besseres Mischverhältnis reinzukriegen so das ist das Okay, dann müssen wir es so machen, dann können wir es als Futter rein. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt können wir den Rest nicht mehr mit der Lade auffüllen. Okay, wir haben immer noch zu viel. Das kann es ja nicht sein. Ja doch, ja. Naja, einmal voll das Futter verhauen, würde ich sagen. Weiß ich gar nicht, nimmt er noch Futter an oder nicht? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Wie gesagt, nur so schön, wenn es läuft, dann läuft es. So, dann kommen wir mal komplett rein. Im Heusilage ist halt relativ viel drin. Gut, nochmal gucken. Ja, der muss aufgefüllt werden. Ja, der muss aufgefüllt werden. Ja, aber auf was wäre ich hier? Dann können wir bald schon mal ein bisschen spulen für das Unkraut. Weil das wird jetzt als nächstes kommen. Und da müssen wir dann durchfahren und das Unkraut bekämpfen. Ich komme nochmal gerade abgucken. Und da müssen wir dann... Ähm, was? Halt. 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 Ähm, schnell gucken. Okay, ja. Kalken war an. Ich weiß nur, dass er nicht funktioniert mit dem Kalken. Würde ich das nämlich jetzt schnell machen. Warum er hier jetzt Kalk drauf will, keine Ahnung. Weil ich meine, letztes Mal hatten wir ja gekalkt. Aber da wollte er nicht, beziehungsweise hat es nicht funktioniert. Deswegen machen wir jetzt die Kalk noch drauf. Und dann müssen wir hier auch wieder Ruhe haben. Und dann nimmt das Kalk an. Wunderbar. Da haben wir nämlich alles gemacht. Gekalkt. Und pflügt. Und die Düngestuben drauf. Und die Dünger drauf. dann haben wir das geschafft die 59 haben wir ja gesagt wo unser notfallfeld das soll immer wieder abdüngen und ja wo wir quasi nichts machen das war es jetzt leider wieder in der folge wenn es euch gefallen hat dann schreiben kommentar und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder oder schaut doch einfach mal in meine projekte rein oder macht beides nächste folge wieder entscheiden gucken was ich noch so habe an ls videos und ja ich hoffe wir sehen uns dann wieder macht gute tschüss